so zum schluss ist nur noch die familie bauer von der börner übrig ja der rest ist schon gegangen ja heute abend seht ihr die video auf meinem kanal ich habe alles zusammen vom abbau es sind nur noch die familie bauer ist noch hier ja nur noch drei her ja und dann könnt ihr auch freuen auf wenn in bar in basel die habsmasse beginnt könnt ihr auch da kommen auch immer stream jetzt gehen wir mal da schauen wo ich ja wo ich noch kein video gemacht habe aber von den anderen die ganzen habe ich welche gemacht zum beispiel hier von der börner ich frage warum die immer noch da sind weil die sind so wie es ausgesehen haben als erstes fertig gewesen ja hier so sieht das ganze aus schon alles zusammengebaut ja aber das sind die letzten die noch hier sind und ja somit werde ich das ganze hier auch beenden nächstes jahr wenn wieder box zunkel ist bin ich auch wieder dabei ja ja jetzt geht's wieder zurück es geht wieder zurück nach bachl also ja wenn sie wieder nach hause und jetzt zeige ich euch noch die drei die noch hier sind ich 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 ich